Willkommen zur nächsten Folge von TTT und hast du gerade bei der letzten Runde da gesagt Schuh anstatt Tschüss? Schuh. Ok. Ok. Schuh. Kennst du das nicht? Naja, es ist immer noch besser als Sarahsatz Flachwitze. Alles ist besser als Sarahsatz Flachwitze. Ich mag seine Flachwitze. Ja, die sind manchmal so übel schlecht einfach. Hihihi. Ja. Und das ist das Tolle da dran. Ich hätte noch jemanden, der mitmachen würde, aber ich finde wir sind jetzt gerade schon genug. Moment. Ja, sind wir auch. Vagina. Was? Was? Hat sie jetzt nicht gesagt. Abmahnung. Nein, auf der Map ist die Kacke. Wow. Ich kenn die Map nicht. Ah. Okay. Ich kenn sie. Ja, Dennis kenn sie leider. Ja, Dennis kenn sie leider. Ja, Dennis kenn sie gut. Ja. Scheiße. Soll ich heißen, dass ich sie auch nicht kenne, aber... Wo ist denn hier eigentlich der Traitor rum? Disco. Gibt keinen. Pogo. Grazie. M.* DINGA-LINGA-LING. MUT. Als ob es keinen gäbe. Als ob er's dir sagen wuude, wenn er Traitor ist. Disco. Ja er ist wär's noch preparing. Ich bin Traitor. MUT. Disco Pogo. DINGA LINGA-LINGA-LING. heinzer. Disco T-O-R-I-A So, also wir holen, wir kaufen das hier und dann kaufen wir das hier Dennis, bist du Detective? Ja, ist er Inse Au Ist das dein Ding ins? Dein Random Test? Ja, es war meiner Inse Also dann können wir jetzt nicht vertrauen Disco Ja, ich gehe nicht zu euch Ich bin meine Ruhe hart ab Hä, was passiert hier? Ich dachte, ich bin gerade gestorben Ihr schießt euch da alle über den Haufen So wie das klingt Ich dachte gerade, ich bin gestorben 1, 2, 3, 4, 5 Wieviel sind wir? 5 Okay, sie leben noch alle Wurde enttarnt Wo ist Lichi? Wo ist Lichi? Enttarnt als Unwaltiger, du Idiot Könnte aber auch der falsche Sie schießt auf mich Ja, und guck mal den Verlauf Ich bin innocent Ja, aber warum schießt du dann auf ihn? Was ich mich erschreckt habe Aus dem habe ich dich nicht mal getroffen, du Idiot Oh, da war ein Zug Archi Gaming kommt auf mich zu Ja Und Laiko ist hier lang gelaufen Hi Ah, jetzt ist er da Hier, das ist ein Random Tester Ich war hinter dir Oh, okay Vorsicht, ich schmeiß das mal einfach da hin Okay Weil da hinten ist irgendetwas Oder jemand Hm Lichi? Bam! Bam! Oh, die krasse, Laiko! Alter, wie hässlich ist diese Map denn bitte? Die ist richtig übel Mal Lichi, du bist tot Warum dreh das dann noch? Okay Oh Gott Wollen wir hierbleiben und hier alles bewachen? Archi, schießt auf mich! Fuck! Ich glaube, es ist Lichi BAM Lichi war's! Ich war Traitor Hier! Ja, ich weiß Ja, ich weiß Ja, ich weiß Und ich hab auch Dennis umgebracht Na, Dennis, wie fühlt es sich an umgebracht zu werden? Na, Laiko, wieso hast du mich umgebracht? Ja, ja, ja Die Runde war vorbei Du wirst schon merken, was du davon hast, Aki Du wirst schon merken, was du davon hast? Was denn? Du warst der Detektiv Ich hätte dich nicht am Leben lassen dürfen Ich weiß I'm the only survivor Und ich halt auch nur noch einen scheiß Waffe Ich hab nur einen Kopfschuss für dich gebraucht, weißt du? Ja, weil ich auch direkt vor dir stand Das war ja jetzt auch nicht schwer Wo bin ich denn? Na und trotzdem Ich weiß nicht, was blöd ist Hier auch damit gibt's nur zwei Schrotflinken Ich hatte einer, das war ganz cool Ja, jetzt hab ich einer Schon wieder einen Disco Pogo Plingelingeling Plingeling Ich hätt gern wieder richtig schöne Knarren Da hast du immer schöne Knarren Ja, ich geh mir ne Flinte runter Vorsicht, jetzt sind da zwei im Zug Jetzt nicht ernst Hi Dennis Hi Dennis Pussy Äh, Aki Was? Was? Leechi und Dennis Super Gute Manu, ich hab keine guten Waffen Ah, hier Mesut Mesut Ne, ne, Leechi, lass mich bitte in Ruhe Dennis, du auch Halt dich fern von mir, Dennis Du bist Mesut Ich steh direkt hinter dir Dennis ist der Traitor Leechi, Dennis Ist er nicht? Warum ist Dennis der Traitor? Ich weiß nicht, weil der so wieder so dreckig lacht, das ist Dennis der Hardwelle-Killer Smog Das ist wahr Das macht einfach so Spaß Alter, ich Irgendjemand ist hinter euch Bitchi Ich bin da immer zu schlecht in dem Spiel Es macht halt einfach so viel Spaß, die Leute zu verunsichern Ja, ich weiß, das hab ich auch oft gemacht Vor allem Mesut lässt sich voll verunsichern Guck mal, was für ne linke Sau Von hinten Ja, das Hype, ja Das hat mich einfach nur hinterher gelaufen Vor allem Mesut lässt sich voll verunsichern deswegen Ja, Dennis Dieses Spiel macht einfach so Spaß Man kann so gut Leute aufeinander hessen Bleib da hängen Ja, das ist ja der Spaß dabei Man kann Leute so gut aufeinander hessen Ich bin Sorge, Mann Klar, geh du mal ins Sorgen, ey Ril, ich bin Traitor Hat leider nicht geklappt Wenn ich diese Runde Traitor bin, sagst du euch Bescheid Okay Du sagst ungefähr gefühlt jede fünfte Runde, dass du Traitor bist Ne Obwohl du es nicht bist Ich bin Traitor Ah Kannst du gar nicht sagen Das war voll blöd, ey Ich hab mich schwarz geärgert Jetzt bin ich immer noch so Ich bin innocent Ich bin Detektiv Ich bin Traitor Oh, warte, ich bin Detektiv Dann kann ich jetzt euch nerven Warte, ich bin Detektiv Nicht wundern, dass ich das jetzt habe Ich bin Detektiv Nein, nein Nein, warte Das Wer macht das? Ich 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 wollte hier durch Ich glaube, Dennis ist der Traitor Er hat wieder die Babypuppe benutzt Ja, als ob Nein Nein Lichy schießt einfach durch alles durch Ja, ich hab gesagt, es ist Dennis Ich hab nämlich beide da stehen Dann hat er direkt Ja, ja Natürlich ist der Stun Ja, ja, ja Außerdem benutzt Dennis einfach immer das Baby Immer Das war so gut Aki steht da so, bewegt dich nicht und geht Zacks Baby Ja, ich hab euch noch gesehen Ich hab euch noch gesehen Was? Deswegen wusste ich ja Du hast mich und Aki gleichzeitig getötet oder nicht? Ach, das Baby hat dich auch noch getroffen Wie geil Das fand ich nicht so geil Ich hab jetzt einen tiefen Hass gegen dich Hallo Türkisch Disco Du bist ja glaube ich nicht der Einzeste Disco Du bist ja glaube ich nicht der Einzeste Disco So, warten wir jetzt bis der Zugang fährt oder was? Alter, hör auf auf mich zu schießen Au, Schrot Ja Aiko Ich glaube, da bist du nicht der Einzeste der in Hass gegen dich ist Setzt mich jetzt hier hin Ach verdammt Ich bin Detective mit Lichy und Aki hier Ich bleib hier sitzen Ich bleib hier sitzen Dennis Hallo Es ist Dennis Es ist Dennis Ach Ja, es ist Dennis Warum? Direkte Random Tester gekauft worden Einer hat gerade eben Denne gerufen Der erste Random Tester ist glaube ich von Dennis Friendship Beam, such den der die Musik abspielt Es ist Dennis Seid ihr tot? Ich bin nicht tot Ich bin nicht tot Ja, die sind alle gestorben Ich bin auch nicht Doch jetzt Goddingit Ich hab die Musik gehört Ich hab die Musik gehört Ich hab die Musik gehört Leute, Leute, Leute Können wir uns jetzt bitte vereinbaren Wenn Dennis so ruhig ist Schießen wir ihn direkt ab Ja Nein Alter, das war einfach so klar, ne weißt du? Ja Ich schieß den einfach das nächste Mal direkt ab Was? Dieser Friendship Beam Falls ihr es ja noch nicht wusstet Wenn dieser Friendship Beam kommt Dann einfach zu dem gehen, der die Musik abspielt Weil der ist definitiv der Ding Konnten sie ja nicht Ich hab den Friendship Beam so gesetzt Ich wollt grad so da raus gehen auf einmal komm ich da nicht hin Ja, ich konnte nicht da hin, aber ich hab gesehen, dass es von ihm aus ging Okay Das war so gut, oder? Ich hab's später auch gesehen, aber dann war ich schon tot Und da sich zwei Schritte vorwärts ging, bin ich gestorben Ja Dann Guck mal, guck mal, wie der Dennis Schmidt mir die Flinte hier holt Das war so lustig einfach Weil ich war einfach schon wieder Traitor Aber diesmal bin ich's Ja, diesmal bin ich's Detektiv Lalalalalala Ich bin's weiter Ich bin's weiter Haki töten Oh, Disco, wer hat die Disco geworfen? It's just a prank, bro Ich werd euch jetzt alle töten, ich bin's weiter Siehst du, ich hab meine noch Random health for everyone Alter, jemand hat auf mich geschossen Pussy Nein, ich bin's weiter Nein, das war meine Disco Ich bin's weiter Heiko, warum hast du geschossen? Weil sie gesagt hat, sie ist Traitor und das mehrmals Ja, weil ich's auch bin Nee Ich hasse dich Ich hätt dich fast erschossen Warte mal, dann ist das Dann ist es entweder Leechi oder Heiko Mesut Oder Mesut Du hast am Anfang wieder gesagt, dass du's bist Ach, wie schön Wie ich eigentlich kann die ganze Zeit gesagt Ich bin Traitor Ich bin Traitor Ich bin Traitor Ich hab's dir fast geglaubt Ach Das wäre so lustig gewesen, ne Mesut Ich war in der Nähe von Heiko Ich wollte dich aber auch schnell erschießen Was ist das für eine? Okay, Disco Danke Oh, hier ist ein Toiletten Oh, wie geil Disco, Kugel Bum, bum, bum Hallo, ich bin über Farben Mann, ich kann die nicht aufheben Auch nicht mit E Was? Oh, die Toiletten hier sehen richtig geil aus Sag doch nicht wo du bist Sag doch nicht wo du bist Du bist die Innocent Nicht wundern, weshalb ich jetzt die ganze Zeit so stürchte Ich Heiko 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 Leechi Deniz? 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 Ich war grad in Traitor-Shop, ne? Und so Warum bin ich es wohl? Alter, rock mich einfach ab Hallo, darf ich da bitte durch Ich bitte rein Hallo? Einfach nur weil du's bist Ich bewache mal grad mal ein bisschen den Lied Einfach nur weil du's bist Ich glaub äh Pussy hat grad random Archi gekillt Ja, ob ich auch Einfach nur weil du's bist Alja Was war an? Mir so tat ne Shotgun Ja, ich bin hinter äh Leechi Fuck Das ist nicht Leechi Scheiße Das war ein Traitor-Tester. Ja, Lichi, jetzt ist er enttarnt. Nein. Hä? Ich versteh mir noch nicht, was man sieht. Wie ich einfach Eiskart am Anfang gesagt hab, ich bin Traitor, ich bin Traitor. Ja. Jetzt test the prank world. Aber ich versteh mir noch nicht, warum Lichi so wenig Leben hatte. Ja, ich versteh nicht, warum sie direkt... Jetzt ernsthaft, Leute, gibt's hier auf dieser Map, ähm... Hast du mein Leben gesehen, als hätt ich noch irgendeine Chance gehabt? Wenn ihr da auf mich aufpasst die ganze Zeit. Leute, gibt's hier auf dieser Map ein Traitor-Raum? Nein. 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 Das geilste war, das war ein Traitor-Tester. Auf einmal fing's auf mich an, einzuschießen. Das Beste war einfach wieder ich und Aki. Wenn ich die Fresse voll hatte, wenn ihr mir da die ganze Zeit auf der Prelle hofft, ich hab sowieso kein Leben. Mal ganz ehrlich, als hätt ich die Runde noch gewinnen können. Da hab ich noch nicht so einfach aufgeben. Mit einer G-Hard-Bombe. Eigentlich gesetzt der Friendship Beam und BAM! Bei Aki musste ich das einfach machen. Okay, ich bin unschuldig. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal Traitor war. Ich bin Detective, deshalb werd ich wieder sterben. Odigi ist hier. Oh Gott. Mit Aki. Ich kann die nicht aufheben. Wieso kann ich die nicht aufheben? Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Äh, Detective ist eine Healing Station Aufbau. Vielleicht, weil du keine hast. Was hast du gemacht? Eventuell hab ich Pässe weggeschossen und die haben mich fast getötet. Okay, ähm, Dennis. Wieso kannst du dich aufheben? Aki, du wirkst reichlich unbekümmert. Ja, ich kann die Dinge ziemlich aufheben. Mesut. Ey, warum schmeißt du was? Warum schmeißt du was? Warum schmeißt du was? Ich war's nicht hier, siehst du? Ich hab meins doch noch. Ich war's. Alter. Äh, Aki. Geh weg. Bitte geh weg, ich bin ein leichtes Ziel. Ja. Ich auch. Hier ist noch ne Schrotze übrigens. Geh dahin zurück. Ich trau dir nicht. Mesut, wirst du ne Schrotze? Alter, wenn du mich ja schießt, ne? Pussy ist nur Inno. Ich schwör's dir. Dann würde ich jede einzelne Runde verrecken, wo ich die Chance hab. Hast du den angewandt, Mesut? Was? Den, äh, den, 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 den Random Art, um zu gucken, ob der, äh, wirklich innocent ist. Ich hab ja Random Art, äh, angemacht. Der Dennis ist Pussy. Der Dennis ist Pussy? Echt? Der Dennis ist Pussy? Keine Ahnung. Ähm, der Dennis Inno. Also, Lichy oder, Lichy oder? Ich find keine gute Waffe, also, hau ab, Lico. Ich find keine gute Waffe. Ich geh einfach mal Lichy. Ja, alter, fick dich. Nein, nicht Random Killen. Ich bin tot. Fuck. Wer war's? Es war Akide, die ist direkt auf mich zugerannt. Ich stand da einfach nur in der Ecke und hab zugeschaut, um zu gucken, wie es ausgeht. Ich wollte einfach alle verarscht. Ich hab mich einfach so in einem Versteckten und dachte mir so, dann lässt du die einfach mal sich gegenseitig killen. Rooftop. So ein Retter in der Not raus. Rooftop, ich muss liegen. Und dann kam hier einfach so dieser Random Tester von dir, die haben hier alles kaputt gemacht. Komm schon, lass zu Fast Food gehen. Fast Food. Fuck. Nee. Alter, wirklich. Clean Room. Die kenn ich gar nicht. Warum nicht Rooftops? Das ist so ein riesiges Zimmer, was voll scheiße ist. Ja, und da gibt's mega wenig gescheite Waffen. Doch, da gibt's auch viele gescheite Waffen. Nee. Aber so scheiße da durchzulatschen. Ich glaub, nach dieser Folge geh ich auch erstmal offline. Nach dieser Folge? Ja. Also 51 Minuten. Wie's weitergeht, erfahrt ihr nach der Werbung. Boah, ich war eben voll geredet. Ich hatte eben DBD gezockt, war ne mega spannende Runde. Am Ende der Runde sag ich, Alter, das war ne spannende, äh, spannende Folge. Da kommst du dir komisch vor. Ach, das ist diese Map. Das ist glaub ich die erste Map, die ich jemals von, von, von Dingen gekannt habe. Von, äh, 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 wie hieß das? Von, ne, von TTT. Generell. Dennis ist Traitor. Ach, das ist die Map. Ich hab die mit der anderen verwechselt. Ah, ich hab die mit Dolph verwechselt. Da, wo man so ultra klein ist, war das einfach nur ein riesiges Zimmer. Oh, sieht das cool aus. Jetzt bin ich ja doch auf meiner Lego-Map. Ich find diese Map irgendwie total gruselig. Irgendjemand? Ne, so wollt mich umdringen. Keiner kaputt machen? Also, ist das Mesut? Ja. Hey, ist Traitor. Klar ist das Mesut. Dreck. Ach, Aki, 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 Aki. Verpiss dich. Wieso verfolgst du mich? Er ist es! Ich hab mir das doch keinen Namen gesagt. Heiko ist es, Heiko ist es, der verfolgt mich. Okay. Ne, warte, er kann's ja noch gar nichts sagen. Nein, das ist ja noch preparing. Alter, wie krass das mit dem Feuer ist. Oh, cool. Ich bin der Nussin. Ich bin der Nussin. Ich bin der Nussin. Ne, ich bin Detective. Nein! Ist klar warst du. Ich glaub, Dennis ist es. Warum? Ich hab ein Baby gehört und du hast am Anfang so wenig gesagt. Hä? Die Runde hat grad erst begonnen, was? Ne, die läuft schon seit 15 Sekunden. Yo, was? Das sind wichtige 15 Sekunden. Scheinlich, ne? Alter, ich komm mit dieser Runde irgendwie voll nicht klar. Okay. Anki ist noch da. Wieso komm ich jetzt hoch? Oh, okay, jetzt komm ich hoch. Ich bin noch da. Mesut? Ja. Dennis hat vorhin Mesut mit dem Baby gemacht. Hä? Nein! Dennis, safe crawl. Alter. Hä? Klar, Spitzerbrotus. Ich hab niemanden gekillt. Ja, ja. Hallo, Dennis. Wie geht's dir? Siehst du? Ich bin der Nussin. Er ist böse. Ich sag's dir. WTF? Ich hab niemanden bis jetzt gekillt. Ja. Bis jetzt. Klar, Dennis. Als ob. Ich bin der liebste Mensch hier auf dem Game. Ja. Vor allem du. Ja. Dennis ist einfach so ein richtiger Curry in diesem Game. Ne? Der spielt ja auch schon viel länger als wir. Ja, und das ist auch viel schlimmer als wir. Der wird hier einfach immer was unterstellt. Du bist ein ganz armer. Ja. Du bist ein ganz armer Dennis. Finde ich ja auch. Ja? Armer Dennis. Ganz armer Dennis. Spittet darum, dass das etwas berücksichtigt wird, ja? Wo seid ihr überhaupt? Das können wir ja jetzt nicht sagen. Na, Dennis. Sag mal, wo du bist. Hä? Boah. Ich vermute, der ist oben irgendwo und zieht mir eine Rifle. Also, ich bin auf dem Bett. Das ist, glaube ich, auf dem Laptop. Jetzt bin ich hier weg. Wahrscheinlich im Schrank ist er. Ja. Und Luchi ist übrigens auch tot. Ich gehe jetzt zum Borderlands 2, äh, Poster. Luchi ist tot und Miso sind tot. Wir liegen Waffen. Ich habe zwei Leichen gefunden, aber ich werde sie nicht identifizieren. Ja, hier liegen auch zwei Leichen. Da, nicht hingehen. Oh, ernsthaft? Dann sind es wohl nur noch wir beide. Ja, mit mir. Ich habe mal wieder aufgeräumt auf der Laptop, ne? Ja, du hattest mich einfach. Kann ich ja so gut. Ach ja, Heiko. Heiko, dann likes es überhaupt. Muss ich dich jetzt echt noch suchen gehen? Ja, musst du. Alter. Na ja, gut. Ich habe ja vier Minuten noch Zeit, dank dem Haste-Mode, da ich ja so gut aufgeräumt habe. Ja, komm mal, in der Zeit. Ja, ja. Ich mache mir das ganz einfach. Hm, ich lauf mal vom Friendship-Team weg, ne? Scheiße. Das ist halt... Ja. Hat es nicht so getroffen, wie du gedacht hast. Nee, ich glaube, ich habe es ein bisschen zu spät gemacht. Aber egal. Ich habe noch zwei gute Schüsse. Ich glaube, bei mir steht der Add-On, Orbital Friendship Beam is not arrows. Der einzige Schaden, den ich jetzt bekomme, ist tatsächlich welcher vom Fallen. Der fack. Der fack! Du lacker, du. Der fackert. Das war jetzt Geld. Nee, das war Lack. Nö, das war Lack. Der fackert. Nö, das war's Geld. Na, das war's Geld. Na, oh, fuck, gelb. wir tun die ohren wegen dem headset ja mein ich ja auch das problem ist ich kann es jetzt nicht ändern weil meine du wolltest doch sowieso nach der nacht nach der map hier schluss machen nach der map wir sind gerade zum ersten mal auf dieser runde ja du kannst doch vorher schluss machen könnte ich auch machen ich bin noch ein zwei ründchen damit gibt es hier eigentlich einen trader nein hast aber lang gebraucht ja ich bin die ganze hierher gelaufen das geilste auf dieser map ist einfach dass man so lange irgendwelche leute suchen muss ach guck mal okay ist runtergefallen ja wegen dir das schöne war ja wie ich mir so einfach geholt habe er steht oben steht so genau wegen der wandelichel immer fürs baby und zack er hat mehrfach er hat mich mit babys abgeschmissen ich habe mich voll gefreut dass ich es richtig kombiniert habe ja den tag gut aber das ist nicht schwer wenn du baby hörst bin ich fast wirklich grundsätzlich weil ich weiß eins mit der nutzt weil das ding einfach so leistens habe ich ja auch schon gesagt ja ich bin was willst du was ich habe mir eine granate in der hand ich kann dich also schlecht damit bedrohen ich bin voll allein in der ecke doch nicht ist tot nein 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 wieso habe ich denn auf einmal solche lecks das sind keine lecks das ist der random art heiko wer wer ist denn jetzt noch alles am leben heiko und aki heiko du bist es wett dann ist es wesut nein der dennis stand gerade bei mir der depp ist einfach runtergefallen wegen dem random art was er sich selbst ein zu eingehandelt hat alter hat er so viel kann er scheiße 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 dieses rotieren macht mich echt fertig so dann nur noch du und ich oder wie das macht mich voll fertig das macht mich voll fertig das macht mich voll fertig das macht mich schon wieder hingeworfen ich weiß es nicht alter das rotieren macht dann fertig hayaki alter das macht dann echt extrem fertig so dann nur noch du und ich oder wie nein der heiko wer ist es denn jetzt heiko aki wer hat geschossen ich war bei mir eine granate oder sowas geflogen ist ne auf mich wird geschossen alter wie viel steckst du denn bitte ein scheiße scheiße wo du bist geschossen weil da hast du nicht die granate geworfen oder oh man also bis dir was ausmachen würde jemand ja offensichtlich unschuldig ist umzubringen wenn du nicht ein traitor bist du bist tot leechee ne nicht psssht du bist tot ah htsch htsch ich dachte einfach nur Erbeers ja ich krieg auf einmal schüsse ich wusste nicht mehr was abgeht ich hab eine rauchgranate geworfen dann habe ich die ganze ausgelöst ja du die rauchgranate geworfen hast auf mich alter meine letzten worte waren heiko ich war ja nicht wirklich enttarnt hättest du ja auch noch sein können in der zeit wenn man so weit nach oben fliegt wenn man tot ist dann sieht das zimmer vollkommen normal aus aber so aus der sicht von denen die hier so leben also das ist genau so viele löcher in seinem bett die man mit einem harry potter zauberstab 35 zentimeter schwarz bin innocent ich bin ich habe dann gehört ja weil ich bin denn es ist nicht spaß ich trau dir nicht das ist ein sniper pass auf hinter euch ja das ist ich ziehe nur auf den boden keine sorge ich will nur ein bisschen musik machen naiko wo bist du hin weg da habe ich meine sniper eingeworfen um die shotgun aufzuheben die hier lag ich habe die zuerst gehört wenn ich sterbe ist es wenn ich sterbe ist es mir gut ja nur um gleich ich habe einen random tester angemacht aber irgendwie ja in 30 sekunden 30 sekunden dauert der nicht auf mich schießen er kommt erst in 30 sekunden nicht bewegen dich nicht bewegen das war mesut er hatte eine rife wir sind alle hier im gebiet von dem wir sind alle in dem gebiet du kannst es schon mal nicht sein wir sind alle nicht heiko ist es nicht weil die musik hier oben nicht gespielt wurde ja es ist mesut ja ich bin im lüftungsschach ich bin es nicht du bist reingelaufen du bist es du bist es wirklich ja komm wo bist du ich kehre dich komm wo bist du sag's komm hoch ja komm hoch du bist es nämlich er sagte doch schon er ist im lüftungsschacht Pussy ich Baby wir werden jetzt mal hier bei Pussy stehen irgendwo kam ein Baby her Laiko Laiko ist da rein ich bin runter ich bin auf der Suche nach Mesut ja das stimmt Pussy jetzt wollte Mesut das noch auf Pussy schieben mit dem Baby nein da ist er nicht er ist nicht in der Etage vom ersten Loch vom Vent Aki? ok er hat Aki gekillt wo war Aki denn? keine Ahnung Pussy wo bist du? ich bin runter gegangen zu dem naja das blöd zu sagen da ist er hinten in der Ecke im Vent hinten ganz runter im Vent er geht jetzt raus er geht äh beim Bett ne nicht beim Bettkasten da wo die Straße nach oben geht also nicht die Bettstraße nach oben sondern die andere Straße nach oben bei dem LKW und dem Legohaus da ist er raus gekommen er hat versucht mich mit Lamellen zu töten wo ist sie? er ist beim LKW er ist beim LKW er ist beim LKW Dennis Laiko geht da doch nicht hin ja er muss Laiko? ich kämpf grad gegen ihn er ist hier unten in der Ecke ja Dennis ist das dein LKW was war das denn? ich hab dir überhaupt nicht mitbekommen wo der war ich hab nicht gesehen alter ist die ganze Zeit so im Kopf scheiße schau da hin ja ja ich leb noch ja wir haben gewonnen alter alter scheiße alter das ist für vorletzte Runde das ist für vorletzte Runde wo du mich getötet hast Dennis guckte immer in meine Richtung sieht mich nicht ich wollt grad noch die Leiche mitnehmen und sie dir als Geschenk da erreichen als Entschuldigung dafür das LKW ne du brauchst ja keinen Prank dann sind wir jetzt quitt die Eiskeit Litschi einfach ist bitte er hat das letzte Mal auch mit mir gemacht und das nicht nein er hat verfolgst du mich musst du auf Twitter also ich will nur hier in die Ecke ich will auch Fuss aufkommen er hat's das letzte Mal mit dir gemacht aha aha ja das halt ich aber für ein Gerücht für circa zwei Runden Tückisch geht grad hoch aufs Bett ich kann grad sagen das ist eher ein Gerücht ach verdammt ich hab mich falsch ich wollte euch töten ich bin sehr aktiv ja dann quatsch nicht zu lange und nimm den blöden Detektor Dennis redet schon wieder nicht Dennis redet ja weil ich grad am Rauchen bin ich bin grad am Rauchen ja Beweis es soll ich ein Bild schicken nein ich mach ein Bild von meiner Kippe und schick's was war das was war das für ein Geräusch von was hast du das für eine Waffe das war mein Random-Tilver das war mein Random-Tilver schieß mal äh schieß mal hinten in die Ecke vom Raum also ok ich meinte zwar nicht die Ecke aber ok Nude das war die einzige Ecke die ja ansonsten hätt man noch gemeint ich hätt auf euch geschossen ist aber hab ich mich umgedreht ja ok wie komm ich denn hier runter ja weil ich glaub grad nur so kom weil ich halt meine eine Hand und eine Zigarette hab ich komm mal im Lüftungsschacht nicht mehr runter ich häng hier pass auf ich geh hier komm ok gut darf ich mal hier durchlaufen Mesut und Lich ja darfst du ich beschütz dich danke Mesut Mesut schieß mal mit der Sniper rechts hinten in die Ecke rechts rechts Ecke mich auf mich ja das ist mein rechts Junge rechts in die Ecke ja rechts in die Ecke rechts in die Ecke rechts in die Ecke rechts in die Ecke und dann triffst ihn also komm und dann hast du nochmal auf mich gezielt komm das war ja wenn er da in der Ecke gewesen wäre hätte er nicht unbedingt auf ihn schießen müssen ja ich hab auch nicht von dieser Runde mitbekommen haben ich hab auch nicht von dieser Runde mitbekommen haben vor allem dass sich doof stellen dann auch noch ne alter hör auf it's just a prank bro komm Heiko und du sofort hinten noch ran jetzt sind wir quitt man jetzt von wegen jetzt sind wir nicht quitt jetzt muss ich dich nochmal umbringen was vor allem von hinten was bist du für einer was er mags halt gern von hinten was okay trocknen mit Anlauf wat das geht mir jetzt zu weit ach verdammt ich bin Inno ich bin Inno wieso bin ich schon wieder Inno ich bin irgendwie die Traitor ich bin irgendwie nie Traitor ich bin irgendwie nie Traitor ne Haki ist es wieso sollte ich es sein weil du es zu komisch gesagt hast ich hab keine ich hab du klar genau weil ich's komisch sage ich bin ein Detektiv oh ich bin ein Detektiv oh Gott wie wir dann sterben klar töte mich doch wenn du glaubst dass ich Traitor wenn dann kriegst du einen Minuspunkt oh Schaffe ich bin immer noch innocent ich glaub Dennis ist es Dennis ist schon wieder so ruhig ja Dennis ist es was Dennis ist wieder so schlecht ich bin immer noch am rauchen du bist so still ja ja das benutzt sie jetzt als Ausrede ok denn Dennis ist es er hat den Randomart benutzt um die Rollen zu ja ne weiter ja was kann ich denn dafür wenn der Randomart das ausspuckt aber ich bin Detektiv wie hast du einen Randomart jetzt nochmal reingehauen ja vorhin ich war doch zuerst Detektiv und der Randomart hat dann die Rules geshuffelt ja und jetzt ist das nämlich und dann bist du Detektiv geworden ja jemand wurde mit einer Silence getötet in meiner Nähe sobald ich Dennis ziehe schütze ich auf ihn Dennis ist es hä warum denn es ist denn Dennis jetzt hätte es nicht sagen dürfen weil sonst wäre man vielleicht noch auf die Idee gekommen das wäre jemand anderes gewesen Dennis ist im Bettkasten was soll ich da überhaupt hin er redet auch nicht warum schieb du denn auf mich Heiko weil du es bist Halt's ab wie man einfach zurecht gedacht hat dass ich es wäre warst du es danke dass ihr mich gerecht habt nein Aki warst du es nein war ich nicht wer war denn der erste Traitor ich ich missreg mich auf dass ich die ganze Zeit nicht Traitor bin ich war auch schon mega lang nicht mehr das ist voll kacke und ich hasse es voll der Traitor nein scheiße dann war es ja gut dass ich die Rules geshuffelt ist jemand darüber übrig den ich killen kann ja schade warte mal jetzt sind wir nicht jetzt sind wir wieder quitt jetzt sind wir quitt wo wir sind wir quitt ja ich bin doch gerade eben auch gestorben ja ne ist klar ich bin tot ich wurde doch getötet der Traitor hat mich gekillt spiel mir das Spiel Lichi spiel mir das Spiel spiel mir das Spiel hau ab sag ich verdammt nein Luchi ich bin schon wieder getötet ich lass mich von dir nicht mehr umbringen einfach so Lichi hat ihn umgebracht ja weil der auf mich geschossen hat ja du bist instant getötet ist mir egal ja klar das dir das egal ist oh ne sorry ich bin Diktektiv ich darf das wie du denn ist es hier ja ich bin am rauchen gerade weiter gehts Lichi Lichi Aki nehmst du dich eigentlich schon wieder über eine Heimschule? weißt du Lichi wo hast du dich versteckt? ja 36 Minuten Lichi ist der Traitor ich hab doch gesagt Lichi ist es Lichi wo bist denn du? ha 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 wieso sagst denn du nichts ha 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 wirst du dich über den Außen schießen oder B фильм wirst du den Prod欄 rußer here liegt eine Leiche von Heiko ne doch nicht ok Sorry, ich dachte, du wärst Litchi. Weil ihr alles so gleich ausseht. Ja, toll. Jetzt hab ich noch 61 Leben. Das schaffst du gegen Litchi. Komm, ich komm mit. Kommst du denn da her? Ach, Mann, oh, ich dachte, du wärst da. Nee, ich gewann das dann. Aber da ist niemand. Da kam ich ja her. Auf mich wurde geschossen. Madame Glitchi. Ich hab nicht geschossen. Ich sterbe, du sie holen. Litchi, du bist aber der Traitor. Aber ich hab echt nicht geschossen gerade. Natürlich hast du nicht geschossen. Dennis, wieso schießt du auf mich? Weil er ein Arsch ist. Trau ihm nicht. Selbst wenn ich der Traitor bin. Das kriegst du zurück, Dennis. Das kriegst du sowas von zurück. Du scheiß, lieber Scheißkinder. Dennis, bist du jetzt auch noch Traitor dazu? Ja. Du hast ein hässliches Scheißkinder. Dennis, sag nicht. Ja, nee. Da kam ein Baby geflogen. Wer hat ein Baby auf Dennis geschossen? Das Schlimme ist, das kam von meiner Richtung. Irgendjemand ist hier unsichtbar. Ja. Okay. Jetzt ist es zu spät, die Katze ist aus dem Sack Fuck Das ist der Prank, Bro, it´s just a prank, Bro Meso, lebst du noch? Ne, alles klar, dann ist er doch Traitor Ah verdammt, Scheiße, nein Papa ist so dumm Dennis, hast du jetzt doch Traitor? Nein, ich habe mich absichtlich jetzt runtergeschmissen Ja, ne, ist klar Leute, ich habe mich absichtlich runtergeschmissen Ich habe Aki absichtlich gekillt Weil ich wollte einfach, dass du gewinnst Ja, ne, ist klar Ich wollte wirklich, dass du gewinnst Deshalb habe ich Aki abgeschossen Leute, ich würde sagen, das war´s erstmal, ne? Ja, das war´s für heute Das war´s für heute Dennis, das bekommst du zurück, du bist ein mieses Schwein, weil du mich getötet hast Du darfst keinem Frauen, Meso hat mich auch einfach schon umgebracht, genauso wie Dennis Obwohl keiner von denen Traitor war und ich es auch nicht war Ich war Detektiv und der tötet als kein Detektiv der Gute Ja, gerade als Detektiv wirst du getötet, auch von deinen Mitspielern Du darfst nicht wirklich niemandem vertrauen Ich würde es einfach nach, nämlich Ich wollte eigentlich so sagen, so jetzt suche ich noch Litchi und dass es mich abschießen kann Aber das war mir irgendwie zu langweilig So, glaubst du getan, als ob ich jetzt runterfallen würde Weil ich wäre da nie runtergefallen, normal Ja, 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 ja Leute, ich beende mal die Folge, bis zum nächsten Mal Alles klar Tschüss 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 Sk Tschüss Tschüss